der tex 73110 hat mir auch ein abwort gegeben und der troubleshooter und der raccoon 89 und alle für die siedler 4 vielen vielen dank leute ihr seid cool lasst euch von keinem was anderes sagen ihr seid cool du hab ich gesagt hier du hab ich gesagt hier ok guck mal ihr habt ihr seid hier oben bei den steinen dann macht auch einen stein hier rauf da fehlt holz ok das kann ich nachvollziehen hier fehlt ganz viel holz holz ok das mit dem stein kann ich nicht nachvollziehen den bitte voll machen den bitte auch voll machen und zwar mit elite sehr schön gruppe 1 bereithalten er könnte mir richtig wehtun wenn er hier oben angreift auch wenn da ein turm steht aber was bringt das schon auch wenn er von hier rein rennt oh man er müsste aber dann ja für hier vorbei vielleicht sehe ich das vielleicht ist eigentlich da schon wieder von pulk er hat dann auch ein bisschen expandiert zum nächsten berg ok und er hier ich sehe nix expandiert auch ein bisschen das ist wahrscheinlich so eine magische barriere für cpus da kommt er nicht drüber das ist ja auch geil das ist uneinnehmbar nur mit manacopter okay ihr habt euren dienst eigentlich auch getan ihr kommt zurück zur base und du hast mir eigentlich auch alles erforscht auch du kommst zurück jetzt sehen wir alles ne ja auf jeden fall auch lohnenswert hier hinten so kann es weiter gehen ok jetzt haben wir hier vier besetzte türme das sogar mit elite besetzt halb elite gar nix egal militär technisch was bin ich eigentlich ich bin rot ne alter und ich werde angegriffen so ich habe gottseidank zwei türme gestehen die halten ein bisschen aber das setzt auch voraus dass meine truppen wieder ankommen oder geht gottseidank schon wieder ganz viele oh oh das könnte trotzdem bedeuten dass ich den turm verliere geht da eigentlich noch ein dritter hin so hier unten halt ob das was bringt alter kämpf doch jetzt endlich mal oh oh verdammt nicht gut nicht gut mann 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 habe ich waffen rumliegen ja da kommt ja auch ritter nach so ist ja nicht lässt sich jetzt eine heilen oder du zum beispiel oder du zum beispiel ehrlich dieses lazarett hat das jemals funktioniert wirklich das sinnloseste werdet ihr eigentlich auch angegriffen ok zweimal per luft einmal per land es kommt alles und du wirst priorität und du hier auch der bauernhof hat es geschafft das ist schön dann kriegt die mühle mehr zu tun dann gibt es auch logischerweise mehr nahrung allgemein sollte ich jetzt mal die minen bauen diesen bauern und dann tun wir hier auch ein steinbergwerk bauen wo wird hier gekämpft boah das war die schmiede oh herzinfarkt come on ok hier oben wird jetzt auch langsam alles fertig das ist gut so viel habe ich doch gar nicht gebaut gibt ein paar gänse gibt ein bisschen fleisch holy 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 shit tja und nur mit denen expandieren ist halt auch so eine sache macht mal lieber hier unten dann nimmt er wenigstens ein paar steine ein ist ja toll dass er das jetzt hier geschafft hat eigentlich hier wird er viel effektiver ne ich sehe ihn ich sehe ihn oh man und der wird richtig wehtun der turm schießt ich habe da aber auch zu wenig also ich könnte hier noch einen hin bauen und ich könnte hier noch einen hin bauen macht wahrscheinlich sinn auch hier noch einen hin zu bauen bis ihr mal ankommt leute 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 schießt diesen manakopter ab los oh mein gott komm schon der steht so beschissen den müsst ihr jetzt einfach treffen aber gerade habt ihr andere probleme ich sehe es jawohl so der wird voll gemacht hier oben herr da verliere ich wieder einiges Feuer frei So, beide Manakopter weg Jetzt müsste ich eigentlich mit dem Landangriff rechnen Als nächstes Gehe ich fest davon aus Boah, eine Stunde zählen Vier Angriffe Also da geht was Ihr zwei könnt mal Den da besetzen Und hier geht es zum Lazarett zurück Wie ist denn das jetzt? Die habe ich ja schon voll gemacht Okay Deshalb ist er jetzt höher gelandet Tja Jetzt wird hier wenigstens alles fertig Mach du mal hier drüben Mach du mal hier So, und ihr geht jetzt hier die Steine holen Oh Lazarett Ich war so Boah, ich habe viel mehr Gold für Waffen Warum habe ich eigentlich keine Waffen Weil ich keine Kohle habe Warum habe ich keine Kohle? Weil hier nur Fische sind Tja, Kohle wäre cool Könnten wir eigentlich schon irgendwo hier so einen strategischen Tempel setzen Ja Da ist sogar noch Platz dafür Ich bin begeistert Und wir könnten doch Sonnenblumenfarm bestimmt auch hier irgendwo eine hinbauen Mal eine mit einer Ölpresse und einem kleinen Tempel Ach, ja komm Hält sich kein Krieger auf Schlecht Machen wir erstmal die hier voll Und die hier voll Gucken wir mal, was übrig bleibt Ihr habt kein Ritter mehr, ne? Ich muss ein bisschen mehr Schwirter produzieren Und jetzt brauchen wir auch noch zwei Spitzhacken Okay Dann lauft ihr mal Ich könnte ja mal eine Patrouille probieren, ne? Patrouilliert hier hin Den machen wir auch voll Dich machen wir ganz voll Und dich auch Und dich auch Und dann können wir den auch voll machen Wenn wir schon dabei sind So, jetzt habe ich deutlich weniger Bogenschützen gleich Und dann habe ich nur noch 23 Goldschmelzen habe ich zwei, ne? Aber Gold habe ich auch keins, komischerweise Hier können wir noch eine Goldschmiele bauen Tja, also Nahrung 48 Eigentlich genug Keine Siedler mehr Ich glaube das Problem ist, dass ich keine Siedler mehr habe Setzen gleich drei Big, bigger, biggest, so Macht was draus Geht hier was Ganz technisch, hm? Der wird fertig Naja, nicht ganz Aber das Gold ist schon mal da Okay, hier fehlt uns jetzt natürlich ein Ritter Und da auch Haben wir auch nicht wirklich Schieb doch einfach mal Fünf Schwertkämpfe rein Oh je, oh je, oh je Die nähere Effektivität von den beiden Bauernhöfen scheint gegen Null zu gehen Tu mal was Eine Fischerhütte Ist gleich eine Angel Hier macht es keinen Sinn Da steht schon eine Hier können wir auch noch eine hinsetzen Irgendwo fehlt eine Spitzhacke Und dann brauchen wir noch zwei Angeln So Auch das wäre erledigt Alles herkommen Boah, wenn jetzt mit Wenn der gleichzeitig kommen würde Dann wird es richtig heftig So, zunächst mal hier hinten warten Das soll auch hier ranlaufen Und ich habe nur Bogenschützen Das ist Nicht verkehrt gegen das dunkle Volk Aber nur Eine Monokultur ist immer scheiße Aber diesmal bin ich da So, jetzt hier hin Jetzt kriege ich welche Ihr seid natürlich gleich tot Boah, wie viele das denn Oh Mann Warum schießt ihr nicht mit Doch, gegen die Hauen wir da welche ab Das ist gut Irgendwie verliere ich wieder den Turm Komm schon Ich will den Turm behalten Wenigstens Okay Es war knapp Ja, geh Geh mit Gott, aber geh Ähm Bogenschützen sind drin Ein Schwertkämpfer Ach ja Mach mal 10 Euch schicke ich gleich hier hoch Den Manakopter abzufangen Das ist mir ein bisschen knapp Hier mit dem Turm Was will ich machen Das bringt ja auch nichts Tja Vielleicht ein bisschen blöde gebaut Wie schaut es denn aus mit euch Gibt es hier keine Kohle mehr Oder was Scoutet mir nochmal bitte Den Berg hier Danke Alter, es gibt überall alles Und ich habe keine Ressourcen Das kann doch nicht sein Sogar schon 12 Mana Kann ich doch mal hier Diesen hier machen Wie kommt es eigentlich? Produziert ihr schon? Na toll Bögen Besser wie nichts Ist der wieder voll? Nein Ich brauche Schwertkämpfer Aber dafür bräuchte ich halt auch mal Kohle Und ich sehe ein Fail Ich habe zwei Werkzeuge Boah, das passiert mir immer Immer, 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 immer Bring mal den Scheiß hier weg Ich brauche Keine zwei Demnächst habe ich zwei Waffenschmieden gebaut Aber Die Kohle ist doch jetzt Holt doch mal die Kohle hier Ja Na, hier ist auch eine Waffenschmiede Was wollte ich da eigentlich hinbauen? Schaut es hier unten aus Ganz gut eigentlich Aber ich habe doch noch mehr gesetzt Genau Ich habe hier auch eine gesetzt Ach ja Hier hätte ich gerne noch irgendwo eine Waffenschmiede Aber das bringt mal das Zeug weg Da ist sogar ein Stein im Lager Sachen gibt's Hier wird eins fertig Das ist gut Ich glaube, ich brauche dringend Siedler Oder? Die laufen noch alle Bestimmt jetzt sofort irgendwo arbeiten Und bleiben nicht stehen Habe ich recht? Ja Habe ich Kriegt man noch ein bisschen Fisch da oben So Und hier könnten wir jetzt noch mal zwei Kohlebergwerke in Auftrag geben Also eins mal so Und das nächste Hier hin Dann Mana haben wir keine Oh, 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 oh An Griff Wo will er hin? Da wo Platz ist Und nur Bogenschützen Und nicht mal Elite ist es natürlich Wieder Aber der Kopter ist weg Aber, aber der Kopter ist weg Kommt schon, feuert Den Turm haben wir verloren Ist okay Und ab zum Lazarett mit euch Das könnte es doch gewesen sein Mit Mana Koptern Die er garantiert nachbaut Einschwertkämpfer Okay Ist mittlerweile Ach ja, Bauernhof Hast du noch ein bisschen Grünfläche Du bist auch eine arme Sau La, 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 la Ich will mal sehen Dass wenigstens einer Oh, da kommt einer Dass wenigstens einer geheilt wird Jawohl Okay Okay, das hier oben Ist auch fertig Haltet euch am Berg Wollten wir noch eine Habe ich Spitzhaken im Bau gegeben Ähm 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 Habe ich nicht Was? Er findet keine Steine mehr What? Ja Grafikfehler Yeah Wo arbeitest denn du? Hier Okay Das ist gut Und du Hier ist auch okay Keine Bäume mehr Hast du denn Dann greift du nicht von da an Den besetzen wir wieder voll Gehen hier noch irgendwo Türme rein Hier würde noch einer hingehen Da brauche ich ihn nicht Das ist zu nah am Bauernhof Aber hier Komm, da setzen wir auch noch einen hin Und gerade habe ich Kohle Krabbe ist mal schön zum Gold runter Und ein bisschen Mana kriege ich auch Ein ganz kleines bisschen Besser wie nix Wie schaut's denn aus bei mir? Ja Orange hat gelitten Wer ist Orange? Orange ist dunkle Volk Gut Und Lila hat auch gelitten Sehr gut Die anderen werden offensichtlich nicht mehr angegriffen Jetzt haben wir auch Ritter da Schicken wir gleich mal einen Dahin Und einen Dahin Jetzt haben wir ja fast 50 Errichtet Also jetzt So schlecht geht's mir ja gar nicht Wohnhäuser sind alle fertig Da muss ich auch dringend Dringend nachbauen Eins, zwei, drei Los Oben bauen wir vielleicht noch eine Schnicke Sonnenblumenfarm Und vielleicht bauen wir irgendwo hier auch noch eine Leute, Leute Ich habe auch nur vier Bauernhöfe Das ist eigentlich auch nicht so geil Oder Nö Kein Getreide Das ist nichts Ich muss Mein Land vergrößern Expandieren Let's go Habe ich Sieben billige Schwertkämpfer Schenierung Angeblich Ach ja Schwertis Kommt mal alle her Beziehungsweise ihr zwei Ihr geht dann mal Hier rauf Und ich erwarte eigentlich wieder einen Lüftangriff Deshalb gehen wir wieder Gruppentechnisch hier hinter Den machen wir voll Den machen wir auch voll Mehr wie die zwei haben wir nicht gebaut Okay Keine Bäume mehr Stimmt Dann lass uns aber auch hier Zwei Baracken bauen Mit billig 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 Rittern Sind die zwei noch unterwegs Einer zumindest Sind nur einer Höre ich irgendwo Kampf Boah Nein Jetzt verliere ich wieder den Turm Und ich muss speichern Sau dämlicher Punkt zum speichern Ich weiß Jetzt könnte ich sogar beide Türme verlieren Wenn es dumm läuft Der erste ist immer extrem gefährdet Vorhin kann ich ihn halten Diesmal nicht Oh Mann Aber ich reagiere Oh oh Und da kommt auch dunkles Land Lass doch mal hier Baracken bauen Dass ich da einfach mehr sehe Hey ich hab mein Ding noch Ich hab es noch Biss chief Dissene Biss voll Ich hab viele